Ich muss ihm gleich drei Leben abziehen. Ich hoffe, er setzt sich gleich die Rüstung ein hier. Ach ne, kann er nicht. Kann er nicht. Ich bringe euch zur Strecke. Grüße. Grüße. So, was ist denn das? Verursacht zwei Schaden. Steinhauer Eber. Einmal. Zug beendet. So. Dann kann ich dann wieder. Versteht sich das. Oder ich kriege vielleicht noch eine Zweierkarte. Und dann bin ich fertig lesen. Also der Hundermeister ist wirklich top. So. Und da. Ein großes. Ein Wildtier kriegt. Das ist ja echt viel wert. So komm, du kannst nichts mehr machen. Hallo. Ist der jetzt auch? Offline. Was jetzt? Ich muss mich entscheiden. Tja, du bist äh kaffig, mein Freund. Du hast keine Züge mehr. Was machst du denn? Geht doch. So. Nee, ich nutze das jetzt mal. Um mir was auszusuchen. Was. Ein Angriff. Was. Das. Das. Und das. Das. Da ist seine Rüstung erst mal wieder passé. Und ich habe 2 Diener auf der Hand. In der nächsten Runde könnte ich mein Tank aufstellen. Mal sehen was von ihm jetzt kommt. Ah, ein Sturm. Das macht mir kaputt. Und die Maser. Okay. Ich hätte ja eher... Nein. Perfekt. Ich frage mich ab. Was kommt jetzt? Nichts. Macht er was? Macht er nichts? Ich frage mich ab. Was fragt er sich denn? Ich muss mich entscheiden. Ach, nicht doch. Ach nee, geht nicht. Er muss da kommen. Aber dann ist halt letztens das Pi los. Das ist ganz gut. So. Ja. Vier habe ich. Ah. Zwei und zwei. Nee. Setz ich jetzt. Das. Zack. Zack. Das bringt mir nichts. Und ich möchte jetzt ungern bei den Eber. Wobei jetzt hätte... Das Leben ist zu wenig. Nichts. Nichts. Was ihr wolle? Schmott. Das braucht es. Ich bin... Auf jeden Fall das. Zack. Und schon hat er es nur noch 7. Danke. Oh, okay. Gibt auf. Weiß ich nicht gedacht. Aber... Schön. Somit habe ich auch den Krieger freigeschalten. Mal, dass ich auch setze das Leben eines Dinos auf 1. Okay. Na gut. So. Fehlen noch zwei. Das Guldan und... Weiß ich nicht. Ich bin in der Ahnung was da noch fehlt. Ich bin in der Ahnung was da noch fehlt. Jetzt bin ich gerade im... Im Rausch. Gut so. Ja. Ah. Da fehlt. Mehr noch. Uterus. Lass die Jagd beginnen. Ja. Das würde ich... so nehmen. Hm. Das war fisch. Mach es sich auch nicht setz. Herz. Das war jetzt auch. Ich bin auf. Ich bin auf 6. Ich bin auf werfen. Und die So wie es scheint Aber angreifen tue ich nichts Ich kann Okay Spiele ich das jetzt? Spiele ich das jetzt nicht? Ach so zuerst ja kein Spiel kurz ein Okay Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Zitat noch Ich bin ein Das ist für uns Was echt hier mit diesem Moment ist ein Schadener leidend. Heldewicht zum Dienst! Wie ist der Blutnach? Wie ist der Hunde? Ich weiß die Hunde! Das war's! Das hat natürlich gar nicht dem Kernhund entgegeben. Und dann war der auf 11 und 7. Aber das tut's jetzt gerade erst mal. Der steigt jetzt natürlich noch. Okay. Okay. Die sind wirklich für den Mundfrau selber, oder? Der noch, oder? Ach. Mach mal bis 3. Heldewicht zum Dienst! Agh! Acht und Acht. Gut gespielt. Helbe mich zum DIN, danke. Fieber. Ich habe ein riesiges Gewehr... ...geladen und entsichert. Das war's. Oh, gut. Das habe ich wohl verloren. Das war's. 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 Na gut, dann halt Jäger gegen Jäger. So, den brauche ich nicht. Den behalte ich natürlich. Das war's. 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 Ach, noch eine. Das ist eben dumm. Das bringt nichts, wenn du... Na gut, dann könnte ich mich direkt angreifen. Das würde ihm was bringen. Ja. Das dachte ich mir doch. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.